Das ist die East African Safari. Die schwerste Rallye der Welt ist der Hintergrund zu dem neuen Erfolgsfilm Ein Käfer geht aufs Ganze. Ich bin ja noch etwas indisponiert, aber der kleine Blechschaden ist noch vom letzten Rennen. Hier in Afrika sind meine schärfsten Konkurrenten. Nick Hallmark, der Vorjahrssieger, und dieser verrückte James Butler, der mit seinem Luftkissenboot die Weltelite der Rallyefahrer deklassieren will. Mann, begreifen Sie nicht, dass ich diese Rallye nur gewinnen kann, wenn ich Luftlinie fahre. Querfeld ein, über Steppen und Seen, da kommt kein Wagen mit. Tja, wenn ich auch eine Luftschraube hätte, dann... Na nun, der wird doch nicht. Sollten Sie jemals in Afrika Rallye fahren, empfehle ich folgendes Rezept. Man klaue, äh, man nehme einen Ventilator. Wenn es durch einen Fluss geht, sind Gummischwäne, unentbehrlich, schon als Tarnung gegen die Flusspferde. Und müsst Sie mal Bäume fällen, dann genügen bei mir schon einige Tischtennis-Schläge an den Interrädern. Und auf Schienen sollte man unbedingt auf Original-Eisenbahnräder zurückgreifen. Denn ein Käfer geht aufs Ganze. Was soll denn diese Hopserei? Vorsicht, Kleiner! Lass gefälligst das Lenkrad los! Drängel doch nicht so mit deinem dicken A... In zwei Teile war ich ja schon mal zerlegt, aber in drei, da kann man nur sagen, ein Käfer läuft und er läuft und er läuft und wenn es auf dem Kofferraumdeckel ist. Wenn Sie mir doch mal auf die Ferse treten, dann können Sie was erleben! Herr Graf, bitte nicht so laut, es könnte uns ein Löwe hören. Also für mich gibt es ja hier viel zu wenig Zebrastreifen für Fußgänger. Und auch viel zu wenig geregelte Kreuzungen. Aber so einen kleinen Zwischenfall beachtet man hier gar nicht. Der Verkehr geht weiter. Funkstreife gibt es keine und den Abschleppdienst bekommt man eben nur hinten herum. Natürlich muss auch der beste Rallyefahrer mal eine Pause machen, aber selbst das ist im Urwald nicht ganz ungefährlich. Tja, und wenn man von einer Kobra gebissen wird, dann gibt es nur eins. Hose runter! Was? Hose runter! Haben Sie noch nie einen schottischen Arsch gesehen? So, das werden wir gleich haben. Stillhalten! Sie sind jetzt ziemlich empfindlich an Ihrem schottischen Dingster. Vor allem sollte man im Dschungel nie die Wagentüre offen lassen. Wer da alles bei der Rallye mitfahren will. Da müssen Löwen in der Nähe sein. Was? Löwen? Keine Angst. Hier im Wagen bist du sicher. Ich Angst? Nein, lass mich. Ich bin beleidigt. Du sollst mich in Frieden lassen. Ich bin sauer. Deine Fingernägel. Könntest du dir auch mal... Ein Käfer geht aufs Ganze. Fahren Sie mit bei der tollsten Rallye der Welt. Erleben Sie mit uns die tollsten Abenteuer im afrikanischen Urwald. Denn ein Käfer geht aufs Ganze. Was glauben Sie, ob ich gewinne? Nein, ganz sicher. Eric. Vielen Dank.